Was sind die Anzeichen einer allergischen Reaktion auf die Sonne? Eine allergische Reaktion auf die Sonne kann je nach Art der Sonnenallergie verschiedene Formen annehmen. Chronisch-aktinische Dermatitis verursacht entzündete, trockene, juckende Hautflecken und ahmt eine andere Hauterkrankung nach, die als Kontaktdermatitis bekannt ist. Polymorfer Lichtausbruch ist eine allergische Reaktion auf Sonnenlicht, bei der sich auf exponierten Hautpartien kleine juckende Beulen bilden. Solare Urticaria kann zur Bildung von Blasen und Nesselsucht führen, selbst auf Hautpartien, die mit Kleidung bedeckt sind. Eine andere Art von allergischer Reaktion ist das Auftreten von aktinischem Juckreiz und mit Flüssigkeit gefüllten Beulen, von denen vor allem Kinder und junge Erwachsene betroffen sind. Eine als chronische aktinische Dermatitis bekannte allergische Reaktion auf die Sonne stellt sich normalerweise ähnlich dar wie eine Kontaktdermatitis, eine Hauterkrankung, die sich durch direkten Kontakt mit einem Allergen entwickelt. Zu den Symptomen können verschiedene Flecken entzündeter und verdickter Haut gehören, die trocken und juckend sein können. Wenn große Hautflächen betroffen sind, kann es kleinere Hautflächen innerhalb der größeren Fläche geben, die anscheinend nicht betroffen sind. Polymorpher Lichtausbruch, auch als PMLE bezeichnet, ist die Bezeichnung für eine bestimmte Art von allergischer Reaktion auf die Sonne. Innerhalb von Minuten bis Stunden nach Sonneneinstrahlung kann die Haut zu jucken beginnen und kleine weiße oder gelbe Beulen bilden, normalerweise auf einem Fleck geröteter Haut. Dieser Zustand wird häufig als Sonnenvergiftung bezeichnet und ist die häufigste Art von Sonnenallergie. Solare Urticaria, eine andere Art von allergischer Reaktion auf die Sonne, führt innerhalb weniger Minuten nach Sonneneinstrahlung zu Symptomen. Die Symptome umfassen typischerweise juckende Haut, die Entwicklung von Nesselsucht und schmerzhafte Blasen. Im Gegensatz zu anderen Arten von Sonnenallergien kann Sonnenurticaria exponierte Hautpartien sowie solche befallen, die von Kleidung bedeckt sind. Die mit dieser Art von Sonnenallergie verbundenen Symptome verschwinden normalerweise innerhalb einer Stunde nach Beendigung der Sonnenexposition. Aktinischer Juckreiz ist eine Art Sonnenallergie, die am häufigsten bei Kindern und jungen Erwachsenen auftritt. In diesem Zustand werden die betroffenen Hautpartien rot, erhaben und jucken. Blasen können sich an allen Stellen des Körpers bilden, auch an Stellen, die nicht direkt mit der Sonne in Berührung gekommen sind. Die Blasen, die mit dieser Art von allergischer Reaktion auf die Sonne verbunden sind, können aufbrechen, und in schweren Fällen können sich bleibende Narben entwickeln.